Herzlich willkommen zum On-Page-Training. Theorie trifft Praxis. Ein ganz neues Format. Wir probieren das heute mal aus. Die Agenda für heute. Ich möchte Sie ein bisschen in das Thema Crawling und Indexierung einführen. Themen wie Canonical Tag, Robots, TXT, No Index und solche Sachen möchte ich gerne mit Ihnen besprechen. Vor allem, wie spielt das alles zusammen? Und noch wichtiger, Sie dürfen mitmachen. Das heißt, Sie dürfen im Fragepanel und Sie sollten. Sie können sich natürlich auch einfach zurücklehnen. Wäre aber schade, wenn. Es gibt gleich ein paar Mitmachaufgaben. Deswegen ist ja heute Theorie trifft Praxis. Sie dürfen mitmachen. Klappen Sie gerne schon mal das Fragenmodul aus und dann können Sie da Ihre Antwort eintippen. Ich freue mich über sehr viele, die mitmachen, obwohl es angesichts der hohen Teilnehmeranzahl sicherlich ein bisschen sportlich sein wird. Die Inhalte, die Sie heute sehen werden, stammen primär aus dem On-Page-Training-Day. Der wird am 10. Oktober 2019 in Münster stattfinden, also etwas mehr als zwei Monate. Genau, der Name sagt es fast schon, es geht wirklich um On-Page-Themen. Es gibt einen ganzen Tag lang Training, maximal 20 Teilnehmer und alle Informationen dazu finden Sie unter blue.link slash onpagetraining oder einfach auf omcampus.de gehen. Da finden Sie das Ding auf jeden Fall. Würde mich freuen, wenn wir zusammen einfach einen erkenntnisreichen Tag in Münster haben werden. Das war der Werbeblock. Die nächste werbefreie Folie. Ein paar Konzepte möchte ich Ihnen am Anfang nochmal klar machen. Viele von Ihnen haben das drauf, überhaupt keine Frage. Aber trotzdem muss man sich dessen immer nochmal ein bisschen klar werden am Anfang. Sie wollen alle, dass Ihre Inhalte im Google-Index landen. Und dafür sind eigentlich drei Schritte notwendig. Streng genommen sind es ein paar mehr, aber wir wollen eine übersichtliche Folie haben, deswegen ist es das. Schritt Nummer eins ist natürlich, damit eine Seite im Google-Index landet, muss Google sie erstmal entdecken können. Das passiert typischerweise über Verlinkungen, kann aber auch auf anderem Weg passieren, zum Beispiel über eine XML-Sitemap. Wenn Google eine URL entdeckt hat und gesagt hat, hey, die habe ich ja noch nie gesehen, die möchte ich jetzt mal crawlen, führt sie die dem Crawling zu. Das heißt, dann kommt ein sogenannter Bot vorbei und lädt die Seite herunter. Es muss nicht unbedingt eine HTML-Seite sein, auch PDF-Dateien und sowas. Wird natürlich auch alles heruntergeladen. Als nächster Schritt, dazwischen passiert übrigens noch eine ganze Menge, nämlich auch Rendering, Processing. Der nächste sichtbare Schritt ist dann wirklich die Indexierung. Das heißt, die Seite wird im Index abgelegt. Warum erzähle ich Ihnen das an dieser Stelle nochmal? Weil alle drei Schritte wichtig sind und ich Ihnen gleich ein paar Konzepte erkläre, wo Sie einfach nochmal ganz klar unterscheiden müssen, was ist das jetzt? Ist das Crawling oder ist das Indexierung? Und deswegen gucken wir uns das jetzt gerade auf dieser Folie nochmal an. Also bitte abspeichern. Und noch eine Definition, die gleich ein paar Mal aufkommt. Das ist das Wort Crawl-Budget. Das heißt, Google crawlt ja Inhalte von Ihrer Website, HTML-Seiten, PDF-Dateien, Bilder und all das. Und das ist eben nicht unbegrenzt. Also wenn Sie eine Million Seiten haben, wird Google nicht loslegen und an einem Tag eine Million Seiten crawlen, sondern Sie kriegen ein sogenanntes Crawl-Budget zugewiesen. Das ist nicht unbedingt jetzt eine harte Grenze, die nie überschritten wird. Das ist eher so ein Korridor, so kann man sich das vorstellen. Das heißt, in einem Tag holt Google vielleicht 1200 Seiten ab, am nächsten 800. Aber man hat dann halt so einen gewissen Korridor und Google wird nicht auf einmal ohne Grund 100.000 Seiten crawlen. Und deswegen muss man sagen, Crawl-Budget-Optimierung macht Sinn, denn Google crawlt natürlich erstmal so ziemlich alles. Und das kann verschiedene Folgen haben. Zum Beispiel, wenn Google viele irrelevante URLs bei Ihnen crawlt, kann es natürlich auch eine starke Serverlast erzeugen. Das heißt, Google lädt irrelevante Inhalte herunter. Es erzeugt Serverlast, die sowieso zu nichts führt, weil die Seite vielleicht nicht im Index landet. Und natürlich dadurch, dass man den Google Crawler viel mit irrelevanten Inhalten oder URLs beschäftigt, kann es dazu führen, dass die wichtigen Inhalte verspätet in den Index aufgenommen werden oder eben verspätet aktualisiert werden. Das muss einem klar sein. Mehr zum Thema. Ich habe eben schon auf Searchcamp verwiesen. Ich liebe meinen Podcast. Wenn Sie mehr über Crawl-Budget-Optimierung erfahren möchten, kann ich Ihnen nur die Folge 88 ans Herz legen. Unter blue.link.sc88 erfahren Sie mehr zum Thema Crawl-Budget-Optimierung. So, dann lassen Sie uns mal ein bisschen durchschreiten durch die verschiedenen Themen, die Sie auf dem Schirm haben müssen. Und ein wichtiger Aspekt ist natürlich erstmal Inhalte für Suchmaschinen zu sperren. Und dafür gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten, nämlich NoIndex und die Robots.txt. Ich fange mal mit der Robots.txt an. Robots.txt, viele von Ihnen werden das wissen, ist eine Textdatei. Das ist wichtig. Es gibt einige Fälle, wo das auch als HTML ausgeliefert wird. Funktioniert da nicht. Also eine Textdatei, die befindet sich halt im Root ihrer Website. Das heißt, ihre Subdomain slash robots.txt. Da muss sich diese Datei befinden. Und wir hatten ja eben diese drei Schritte. Damit kann ich das Crawling beschränken. Eine Robots.txt gilt immer für ein ganz konkretes Protokoll und für eine ganz konkrete Subdomain. Das heißt, wenn Sie jetzt eine Robots.txt haben auf www.bluefusion.de, dann gilt die nicht für blog.bluefusion.de. Das heißt, jede Subdomain braucht eben ihre eigene Robots.txt. Das ist relativ banal. Trotzdem wird es ab und zu gerne mal falsch gemacht. Wie sieht diese Datei aus? Das ist, wie gesagt, eine Textdatei. Wir gucken uns gleich auch mal einen konkreten Fall an und dann dürfen Sie auch die erste Frage beantworten. Da können verschiedene Zeilen drinstehen. Die wichtigste oder nö, nicht vielleicht die wichtigste, aber eine sehr zentrale ist halt User Agent. Das heißt, da steht eine Zeile wie User Agent Doppelpunkt Leerzeichen und dann zum Beispiel Google Bot, wenn Sie jetzt Anweisungen konkret für den Google Bot geben möchten. Oder da steht User Agent Doppelpunkt Sternchen, wenn diese Anweisung für alle Crawler gelten soll, die auf die Website kommen. Wie gesagt, wir gucken uns gleich noch ein Beispiel an. Disallow Doppelpunkt Leerzeichen wieder wichtig. Slash und dann irgendein Pfad sperrt ganz bestimmte URLs, in denen Slash Pfad vorkommt vom Crawling. Und man kann aber, wenn man sowas gemacht hat, kann man theoretisch mit Allow Doppelpunkt auch wieder ganz bestimmte Pfade erlauben, obwohl man eigentlich Pfad ausgeschlossen hat. Und dann gibt es noch die vierte Möglichkeit, dass man Sitemap Doppelpunkt Leerzeichen und dann die URL einer oder mehrerer XML-Sitemaps dort angibt. Das vierte klammern wir jetzt erstmal aus. Die ersten drei Möglichkeiten sind wichtig. Es gab übrigens da ein paar Änderungen, vor allem zum 1. September. Es gab so ein paar offiziell nicht unterstützte Anweisungen in der Robots.txt. Da hat Google jetzt ein bisschen aufgeräumt. Zum Beispiel No Index konnte man in die Robots.txt reinschreiben. War eigentlich nie empfohlen, haben trotzdem viele gemacht. Und da hat Google jetzt ein bisschen aufgeräumt. Also faktisch ist es das hier, was noch in der Robots.txt stehen darf und kann. Fangen wir mit dem User Agent an. Jeder Browser oder jeder Crawler, der auf ihre Website zugreift, der hat eine Kennung. Das ist der sogenannte User Agent. Und wenn Google auf ihre Website zugreift, dann gibt er sich als Google Bot zu erkennen. Jetzt muss man grundsätzlich sagen, es gibt verschiedene Crawler auf Google Seite. Und man kann theoretisch verschiedene Crawler von Google unterschiedlich behandeln. Es gibt zum Beispiel den Google Bot Image. Der betrifft dann nur die Bildersuche. Ich könnte also sagen, ganz bestimmte Inhalte sperre ich nur für die Bildersuche, aber nicht für den normalen Index. In der Regel macht man das nicht. Trotzdem, wenn es Sie interessiert, es gibt eine vollständige Liste aller dieser Crawler oder Bots, die es da von Google so gibt. Und da kann man sich da nochmal reinlesen. In der Regel werden Sie das nicht brauchen. So, die erste Mitmachaufgabe. Ich habe Ihnen mal eine Robots.txt mitgebracht. User Agent Doppelpunkt Google Bot. Für den Google Bot habe ich den Pfad Slash ABC gesperrt. Ich erkläre Ihnen das gleich nochmal ganz genau, was das exakt bedeutet. Und dann habe ich noch für alle Crawler, habe ich noch das Verzeichnis DEF gesperrt. Klingt erstmal ganz simpel. Ist eigentlich alles drin. Jetzt die Mitmachfrage an Sie. Bitte einfach die Antwort in das Frageding eintippen. Habe ich hiermit das Verzeichnis DEF auch für den Google Bot gesperrt? Ich freue mich, ich gucke mal, wer der erste ist. Jetzt, okay, relativ klares Bild. Übrigens schön, so viele bekannte Namen zu sehen. Die meisten sagen ehrlich gesagt ja. Einige sagen nein. Die sich damit vielleicht auch schon ein bisschen länger beschäftigen. Jo, vielen Dank. Also die meisten sagen ja, habe ich gemacht. Kann man übrigens testen. Es gibt in der alten Google Search Console, gibt es diesen Robots.txt Tester. Und da habe ich das mal einfach ausprobiert. Also ich habe mal geguckt. BlueFusion.de slash DEF. Ist die für den Google Bot gesperrt oder nicht? Und das Tool sagt zugelassen. Das heißt, das Verzeichnis DEF ist für den Google Bot nicht gesperrt. Denn, das muss man wissen, es gilt immer nur ein Blog. Das heißt, oben steht der User Agent Doppelpunkt Google Bot. Und das, was da drunter steht, gilt nur für den Google Bot. Und das, was da unten steht, User Agent Doppelpunkt Sternchen, gilt quasi für alle außer den Google Bot. Wenn ich DEF also für den Google Bot sperren möchte, müsste ich die Zeile 5 noch in die Zeile 3 reinkopieren. Ist ein bisschen klug, Scheißerei. Ist in der Praxis aber trotzdem manchmal als Problem zu finden. Also nochmal für Sie zu mitnehmen, in der Robots.txt T gilt immer nur ein einziger Blog. So, nochmal kurze Erklärung, was das eigentlich soll mit diesen Disallow-Sachen. Wenn ich sowas schreibe wie disallow.doppelpunkt slash fad, dann sperrt das alle URLs, die mit slash fad beginnen. Also sowas wie slash fad, slash 1, 2, 3 oder auch slash fad, slash. Ich kann auch ein Sternchen reinbasteln. Ich kann übrigens auch mehrere Sternchen nacheinander reinbasteln. Disallow-Sternchen abc. Sternchen, das kennen Sie vielleicht noch aus MS-DOS-Zeiten. Sternchen, Punkt, Sternchen. Sternchen heißt, das gilt also für beliebig viele Zeichen. Eventuell auch für Nullzeichen. Das heißt, das sperrt alles, wo abc irgendwo im Pfad drin vorkommt. Also nicht am Anfang, sondern irgendwo. Und dann gibt es noch das Dollar-Zeichen oder das String-Zeichen. Das heißt, wenn ich sowas schreibe wie disallow.doppelpunkt slash string fad, dollar, dann sagt das alle Pfade, die auf fad enden, werden gesperrt. Also 1, 2, 3, slash fad wird gesperrt, aber nicht fad irgendwas. Also es muss wirklich quasi dann das Letzte sein, was da steht. Und das braucht man zum Beispiel, wenn man PDF-Dateien sperren möchte. Dann schreibt man sowas wie disallow.doppelpunkt slash Sternchen PDF-String. Das heißt, nur wenn das Ganze am Ende steht, wird es gesperrt. Also eine PDF-Datei, die wird gesperrt. Aber wenn ich einen Ordner habe wie slash PDF-Dateien, dann wird es eben nicht gesperrt. Dafür kann man das gut benutzen. So, soviel zur robots.txt. Kommen wir zum noindex. Noindex ist ein Meta-Tag. Oder das robots.meta-Tag ist eben ein Meta-Tag und da kann noindex drinstehen. Und wenn da noindex drinsteht, heißt es halt, diese Seite soll nicht im Index auftauchen. Wichtig dafür zur Unterscheidung, es setzt das Crawling voraus. Also Google muss die Seite erstmal herunterladen, weil sonst kann es dieses Tag ja gar nicht im HTML-Code sehen. Und das heißt eben auch robots.txt und noindex schließen sich aus. Ich kann eine Seite nicht per robots.txt und per noindex sperren, weil eben zuerst muss das Crawling passieren, damit er das noindex sehen kann. Also was nutzt man nun, wenn man beides hat? Man hat eine robots.txt und man hat einen noindex. Man muss eine Sache vorher wissen. Und das ist eine relativ blöde Eigenschaft von Google, denn die robots.txt, die beeinflusst nur das Crawling, aber nicht die Indexierung. Und manchmal passiert es, ich habe Ihnen hier ein konkretes Beispiel mitgebracht, von bookrepository.com. Gucken wir mal in die robots.txt. In der zweiten Zeile steht direkt, disallow.doppelpunkt.slash.account. Das heißt, alle URLs, in denen Slash-Account-Slash vorkommt, am Anfang werden gesperrt. So, jetzt hat Google aber trotzdem, obwohl ich sie per Crawling, fürs Crawling gesperrt habe, hat Google sich trotzdem entschieden, einen Eintrag einzulegen. Also es ist ein Leereintrag. Google hat die Seite ja nicht herunterladen können. Folgerichtig hat es eben die üblichen Sachen wie einen Seitentitel und eine Meta-Description gar nicht zur Verfügung. Und es kann eben passieren, dass solche Leereinträge angelegt werden. Und es kann auch passieren, dass die in der Suche auftauchen. Und es kann auch passieren, sogar, dass jemand draufklickt. Passiert relativ selten. Gleichwohl kann eben passieren. Wir haben ein konkretes Positiv- und Negativ-Beispiel. Hier habe ich den Tischkönig-Shop.de mal. Und da sieht man zum Beispiel auf jeder Produkt-Detail-Seite gibt es einen Link, der heißt auf den Wunschzettel. Und wenn man sich die URL anguckt, die fangen alle mit Slash-Wishlist-Slash an. Und die hat er auch vollkommen korrekt für per Robots-TXT gesperrt. Wenn man mal dem Index nachguckt, Google sagt doch mal, hast du diese URLs indexiert? Sag Google, nee, wirklich null. Das ist der Optimalfall. Es gibt aber auch solche Fälle hier. Der bvmw.de hat so ein Verzeichnis Slash-Suche. Und wenn man die Website mal crawlt, gibt es davon ca. 1200 Seiten. Die sind alle per Robots-TXT gesperrt. Und Google hat sich dann entschieden, für ungefähr 400 Stück davon, leere Index-Einträge anzulegen. Das sieht erstmal relativ blöd aus. Manche haben dann auch Sorge, weil in der Google Search Console gibt es dann auch dafür eine Meldung, dass er diese 400 Einträge angelegt hat. Was genau Google damit macht, ist relativ unklar, aber es gibt sie erstmal. So, wie entscheidet man nun? Erstmal nochmal die große Unterscheidung. Robots-TXT, das spart wirklich Crawl-Budget. Also sobald ich was sperre in der Robots-TXT, wird die Seite, diese URL nicht mehr gecrawlt. Hat aber eben den Nachteil, dass es solche Leereinträge geben kann. Und No-Index, da ist eben das Problem, das Verspended-Crawl-Budget, weil Google die Seite erst herunterladen muss und vielleicht auch noch mehrfach herunterlädt in der Folge, um dann das No-Index zu sehen. Aber mit dem positiven Effekt, es werden keine Leereinträge angelegt und die Seite erscheint garantiert im Index. Also, No-Index, jetzt kommt der Praxisteil, wann nimmt man No-Index? Erstmal, wenn es nur wenige Seiten sind. Also wenn ich zum Beispiel nur ein Impressum sperren will, dann ist es vollkommen egal. Dann habe ich für das Crawl-Budget halt eine Seite verschwendet, die er zusätzlich herunterladen muss. Vollkommen okay. Wenn ich das machen möchte, nutze ich dafür No-Index. Manchmal ist eine Entscheidung auf Seitenebene nötig. Also viele Content-Management-Systeme erlauben das, wo ich einfach einen Haken setzen kann. Dann diese eine konkrete Seite, dieses eine Produkt zum Beispiel, möchte ich nicht im Index haben. Dann ist es sehr praktisch, das zu haben. Manchmal gibt es auch kein URL-Merkmal. Also in der Robots.txt kann ich ja idealerweise so Verzeichnisse sperren, sowas wie eben Wishlist. Aber manchmal gibt es ein URL-Merkmal nicht und dann muss ich halt zum No-Index greifen. Und natürlich, wenn ich möchte, dass die URL garantiert nicht im Index erscheint und auf keinem Weg zu finden ist, auch dann muss ich No-Index nehmen. Ansonsten muss man ganz ehrlich sagen, ist Robots.txt in der Regel die bessere Lösung. So, jetzt wieder Mitmachfall für Sie. Ich habe mal eine Paginierung aufgemalt. Also, ich habe insgesamt drei Seiten. Ich habe eine P gleich 1 Seite, eine P gleich 2 Seite und eine P gleich 3 Seite. Die P gleich 1 Seite verlinkt auf die P gleich 2 Seite und die P gleich 2 Seite verlinkt auf die P gleich 3 Seite. Und die P gleich 3 Seite verlinkt nirgendwo mehr hin. Soweit alles okay. Und jetzt komme ich irgendwie auf die total verrückte Idee und ich schreibe was in die Robots.txt mal rein. Ich schreibe mal rein, disallow.doppelpunkt. Slash Sternchen.p gleich 2. Ich will also die zweite Seite vom Crawling ausschließen. Und jetzt ist die Frage, was passiert jetzt eigentlich im Index? Und vor allem, was passiert mit der Seite P gleich 3? Weil es gibt jetzt ja keinen Link mehr auf P gleich 3. Also, wie findet Google die P gleich 3 Seite, indem es auf die P gleich 2 Seite kommt? Aber die P gleich 2 Seite ist für Suchmaschinen gesperrt. Also, crawlt Google weiterhin die P gleich 3 Seite. Was meinen Sie? Ja oder nein? Ja, nein. Unterschiedliche Antworten. Genau, manche bieten auch schon Lösungen an. Finde ich total cool. Also, die meisten vollkommen recht haben... Genau, der Frank hat es vollkommen richtig erkannt, nur wenn er sie einmal kannte. Also, hier ist es wirklich so, die P gleich 3 Seite, wenn Google sie schon mal kannte, wenn Google sie schon einmal in den Index aufgenommen hat, dann wird Google sie auch weiterhin crawlen. Also, nur weil ich die P gleich 2 Seite sperre, wird er weiterhin die P gleich 3 Seite crawlen. Es könnte natürlich auch sein, dass sie in der XML-Sitemap drinsteht oder dass Google irgendwie anders draufkommt. Aber klassischer Fall. Ähnliches Gedankenmodell. Ich habe wieder meine drei Seiten. Und jetzt ändere ich das Spiel aber. Meine zweite Seite kriegt nämlich einmal ein Robots-Meter-Tag NoIndex. Das heißt, diese Seite darf auf keinen Fall im Index erscheinen. Und ich schreibe noch einen Tag rein, das heißt NoFollow. Das heißt, alle Links, die du auf dieser Seite findest, diesen Links darfst du jetzt nicht mehr folgen. Was meinen Sie? Landet die Seite im Index? Wird sie weiterhin gecrawlt? Also, die P gleich 3. Bleibt die im Index oder wird die gecrawlt? So, auch wieder relativ genau, ja, nein. Also, das übliche oder das gängige Bild ist, die meisten meinen nein. Und auch das hier ist leider falsch. Also, richtig ist ja, die Seite P gleich 3 wird weiterhin gecrawlt und sie wird auch weiterhin indexiert. Denn das NoFollow heißt nur, dass eben ein Link, den er auf der P gleich 3 entdeckt, wird er dem Discovery nicht zuführen. Aber er kennt ja trotzdem die P gleich 3 Seite. Und die P gleich 3 Seite ist auch nicht gesperrt. Und deswegen ist es dann eben doch so, dass die Seite P gleich 3 weiterhin im Index bleibt und dass sie auch weiterhin gecrawlt wird. Also, grundsätzlich, was man immer lernen muss, Google hat wirklich dieses Problem in Anführungsstrichen, wenn sie mal eine Seite im Index haben, wird die regelmäßig gecrawlt. Und wenn, muss ich sie explizit sperren. Also, wenn ich will, dass die P gleich 3 nicht im Index ist, muss ich sie halt auch auf NoFollow setzen. So. Nächstes Thema, Canonical Tag. Ja, kennen viele von Ihnen. Das Canonical Tag befindet sich oben im Head-Bereich. Ich schränke das später nochmal ein bisschen ein. Also, im Head-Bereich steht dann LinkRail Canonical und href und dann die konkrete URL dieser Seite. Was ist die korrekte URL dieser Seite? Und was macht denn das Canonical Tag? Wofür brauche ich das denn eigentlich? Also, wenn Google entdeckt auf einer Seite, dass verschiedene Seiten das gleiche Canonical Tag haben, das exakt gleiche, dann werden sie zusammengezogen. Daraus wird quasi aus diesen 2, 3, 4, 5 Seiten wird wieder eine gemacht. Im Index erscheint dann allerdings nur noch die eine zusammengezogene Seite. Interne Verlinkungen werden dann zusammenaddiert. Quasi die Signale, die die einzelnen Seiten haben, mit dem gleichen Canonical Tag. Diese internen Verlinkungen werden zusammenaddiert, sodass diese zusammengesetzte Seite, dieses Cluster, sagt man auch, dass das dann quasi die zusammengesetzten internen Verlinkungen hat. So, jetzt wieder eine Mitmachaufgabe. Ich habe mal zwei Seiten angelegt. Also, es gibt einmal eine Seite, die ist slash Seite und es gibt eine Seite, auf der steht, also eine Seite V gleich 1, also andere URL. Beide Seiten haben das gleiche Canonical Tag. Das heißt, Google wird sie später zusammenziehen. Und auf der einen Seite steht das Wort ABC und auf der anderen Seite steht das Wort DEF. Und wenn ich jetzt nach ABC und DEF suche, also beide Wörter in die Google-Suche eingebe, was meinen Sie? Taucht slash Seite auf oder nicht? Gucken. Ja, genau, kommen schon ganz gute Antworten rein. Die meisten sind leider falsch. muss man es ehrlich sagen. Also, nein, sie wird nicht gefunden, weil es passiert wirklich exakt das, was ich gesagt habe. Also, die Seiten werden zusammengezogen, die internen Links werden addiert, aber es wird nicht der Content addiert, sondern es gilt quasi nur der Text, der sich auf slash Seite befindet. Und das ist gewissermaßen ein Risiko beim Canonical Tag. Das heißt, wenn ich, in der Regel ist das Canonical Tag ja dafür da, dass man sehr ähnliche Seiten zusammenzieht. Das heißt, dieser Fall hier wird extremst selten auftreten. Aber wenn ich sehr unterschiedliche Seiten mit einem Canonical Tag versehe, oder ich habe zum Beispiel einen Artikel, der aus zwei verschiedenen Seiten besteht, und aus irgendeinem Grund kanonisiert der zweite auf den ersten, dann wird es so sein, es zählt nur das, was auf der Seite selber vorkommt, nicht was auf den kanonisierten Seiten, also auf den Dubletten quasi draufsteht. Wichtig. Das Canonical Tag ist keine Direktive, in dem Sinne, dass Google sich daran halten muss. Das heißt, Google kann immer sich dazu entscheiden, das Canonical Tag wegzuwerfen. Es ist ein starkes Signal, überhaupt keine Frage. In der Regel wird Google das auch perfekt übernehmen. Aber, nochmal, Suchmaschinen müssen sich nicht daran halten. Brauchen Sie unbedingt einen Canonical Tag? Vor allem, die Frage kommt manchmal, es gibt die sogenannte Selbstreferenz. Das heißt, im Canonical steht einfach die gleiche URL wie die URL der Seite. Muss ich dann eigentlich einen Canonical Tag reinbauen? Nee, theoretisch kann man die weglassen, es ist aber trotzdem Best Practice, dass einfach man in jede Seite idealerweise einen Canonical Tag reinbaut. Ist auch ein gutes Sicherheitsnetz. ein Canonical Tag ist dazu da, um die negativen Effekte von Duplicate Content zu verhindern. Also, es gibt verschiedene Dubletten, also gleicher oder sehr ähnlicher Content mit unterschiedlicher URL. Und dadurch, dass Sie das gleiche Canonical Tag haben, wird das Ganze eben, wird dieser Fehler revidiert und die Seiten werden wieder zusammengezogen. Trotzdem hat die Vermeidung von Dubletten immer Vorrang, denn diese ganzen Dubletten kosten eben wieder Crawl Budget. Das heißt, Google wird diese Wenn es 20, 30 Dubletten gibt, wird Google die alle brav crawlen, wird natürlich im Index später nur eine Seite haben, aber ich habe trotzdem wieder Crawl Budget verschwendet. Und ein sehr schöner Report für die von Ihnen, die Zugang zum Screaming Frog SEO Spider haben, das ist der Report Canonicalized. Also da kann ich mir wirklich anzeigen, wo greift denn auf meiner Website das Canonical Tag? Und das sieht man hier bei religiösegeschenke.de, da sieht man in der linken Spalte quasi die URL, die er im Crawling gefunden hat. Und in der rechtesten Spalte sieht man quasi das Canonical Tag. Und da sieht man dieser C gleich und dann, das ist die Kategorie ID, die wird im Canonical Tag fehlt die quasi. Ist ein typisches Shopware-Verhalten, ist auch sinnvoll, eigentlich in manchen Fällen, dass es so passiert, wie es hier passiert. Aber grundsätzlich diesen Report muss man sich eigentlich angucken, um zu schauen, wo greift denn mein Canonical Tag? Und dann kann man eben so wie hier überlegen, wenn man sagt, ja diesen C-Parameter, den brauche ich eigentlich gar nicht, dass man eben dann in Shopware, in diesem Fall in Shopware reingeht und die Programmierung eben ändert und sagt, diesen C-Parameter will ich gar nicht mehr ausliefern. Das Ergebnis wird das gleiche sein im Index, aber ich habe eben wieder Crawl-Budget eingespart und ja, jede Verringerung der Komplexität ist eigentlich gut. Kommen wir noch zu HTTP-Status-Codes. Auch das, ja, grundsätzlich, wenn so ein Browser oder ein Crawler bei einem Server was anfragt, schickt er eine URL rüber und kriegt zurück einen Status-Code und kriegt natürlich den Inhalt zurück, wenn dann alles gut funktioniert hat. Der Status-Code sagt eigentlich aus, wie lief diese Anfrage. Die vollständige Liste ist wirklich sehr vollständig und ist auch relativ lang. Die meisten davon habe ich in der Praxis auch ehrlich gesagt noch nie gesehen. Deswegen kriegen Sie jetzt von mir einfach nur das, was Sie einfach drauf haben müssen. Das ist so das, wo, wenn man ein SEO nachts um vier aus dem Bett zieht, muss er das auch sagen können. Erstmal diese Status-Codes, das sind immer dreistellige Zahlen und wenn vorne eine 2 steht, heißt es, das, was angefragt wurde beim Server, konnte erfolgreich zurückgeliefert werden. Da gibt es noch ein paar Abstufungen von erfolgreich, aber grundsätzlich, ja, das, was du haben wolltest, habe ich, ich schicke es dir zurück. 200 ist der Standard-Code, den kennen wir hoffentlich alle. 200 heißt, alles okay, habe ich gefunden. Dann gibt es alles, wenn eine 3 vorne steht, heißt es, das, was du haben wolltest, kann ich unter dieser URL nicht liefern. Ich weiß aber, wo du es finden kannst. Also ich liefere dir die neue URL jetzt einfach mal rüber. Und dann gibt es verschiedene Arten von Umleitungen, hauptsächlich 301 und 302 müssen Sie wissen, entweder eine permanente oder eine temporäre Weiterleitung und in der Regel brauchen Sie 301. Dann gibt es die 4er-Codes. 4 heißt, ja, Client-Fehler, also die URL, die du mir geschickt hast, damit kann ich nichts anfangen. Und das häufigste ist natürlich der 404, den haben wir alle mal gesehen, heißt einfach not found. Also das, was du haben wolltest, habe ich nicht. Aber mehr sage ich in diesem Augenblick nicht darüber aus. Also es könnte sein, dass das wiederkommt. Und ja, das macht sich Google eben auch zunutze. Das heißt, Google wird URLs, die auf 404 stehen, noch relativ lange, wenn auch eher sporadisch, gerade wenn externe Links darauf zeigen wird, ist das immer wieder crawlen. Und auch das verschwindet wieder Crawl-Budget. Besser wäre es in diesem Fall dann einfach, einen Code 410 zurückzuliefern. Das heißt, gone. Das heißt, es ist nicht da und es kommt auch niemals mehr wieder. Ich bin mir total sicher, du musst es also nicht weiter crawlen. Und das kann dann eben ein bisschen das Crawl-Budget entlasten. Und dann gibt es die 5er-Fehler, 5xx. Das ist einfach, hey, was immer du mir geschickt hast, ich als Server kann dir gerade nicht antworten, mir geht es gerade nicht gut. Der Standard ist 503 oder Gateway-Fehler oder sowas. Also quasi, wann immer eine 5 vorne steht, heißt es, diese Anfrage kann ich dir gerade nicht beantworten. Ich würde es gerne. Ich kann auch nicht mehr darüber sagen, mir geht es gerade nicht so gut. Vielleicht auch mal ein guter Tipp für eine Paar-Therapie. Gibt es dazu noch mehr zu sagen zu diesen Codes? Ja, klar könnte ich Ihnen noch alle weiteren Codes aufsagen, aber ein paar Feinheiten noch. Wenn Sie zum Beispiel wissen, dass Ihr Server einfach jetzt eine Stunde offline ist, weil Sie zum Beispiel haben das relativ oft, dass bei einem Relaunch die Website drei Stunden offline ist, weil irgendwelche Daten noch übertragen werden müssen oder sowas, dann bitte immer einen 503-Code ausspielen, weil dann signalisiert man Google, Google, mir geht es heute nicht gut, komm bitte morgen wieder. Das habe ich Ihnen eben auch schon gesagt, wenn Sie eine Seite haben und die wirft einen 404-Code, die werden noch relativ lange regelmäßig gecrawled. Das hängt immer ein bisschen davon ab, wie relevant diese Seite war und so, also ob es zum Beispiel, wie gesagt, externe Links gibt, aber Google gibt sich in der Regel nicht damit zufrieden, dass 404 auch 404 bedeutet. Was müssen Sie noch wissen? Die Frage kam mir bis gerade auch schon über das Frage-Modul rein, ein Soft 404. Ein Soft 404 heißt, eine Seite wurde angefragt und die lieferten Code 200 zurück, also alles gut, aber Google ist der Meinung, diese Seite sieht gar nicht aus wie alles gut, sondern die sieht eher aus wie eine 404-Seite. Und das kann zum Beispiel passieren bei einem Online-Shop, wenn ich Produkte habe, die nicht mehr lieferbar sind. Auch dann, obwohl die Code 200 liefert, wird Google sie trotzdem entfernen, wird quasi aus dem 200, wird den Umschreiben in einen 404-Fehler und einfach die Seite dann trotzdem aus dem Index entfernen, obwohl sie eigentlich einen korrekten Code liefert. Kann passieren. Und noch das Letzte, was Sie auch wissen müssen, so Umleitungen zum Beispiel mit den 301en, manchmal gibt es so eine Folge von Umleitungen und Google wird in der Regel so fünf Umleitungen nacheinander folgen, in der Redirect Chain, danach wird Google auch abbrechen. Ich habe sowas alles schon gesehen in der Praxis, sieht man das dann eben. leider doch mal. Wie prüft man eigentlich so einen HTTP-Code, so einen Status-Code, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, wie ist denn das mit dieser URL hier? Eine Möglichkeit ist, in die Google Search Console zu gehen. Geben Sie einfach oben eine URL ein. Ich habe eine eingegeben, die garantiert nicht funktioniert. Dann klicken Sie auf Live-URL testen und dann kriegen Sie unten den Status-Code ausgeliefert, in diesem Fall 404. Vollkommen richtig in diesem Fall. Ein Hinweis noch, weil er gerne mal falsch gemacht wird. Dieses Tool-URL-Prüfung funktioniert prima für HTML-Seiten und funktioniert faktisch nicht für alles andere. Also wenn Sie zum Beispiel eine Bild-URL da oben reinstecken, wird das Tool immer sagen, kann ich gar nichts mit anfangen. Also das als wichtigen Hinweis, wenn Sie das Ganze benutzen wollen. Also URL-Prüfung ist eigentlich die falsche Benennung für das Tool. Alternativ können Sie auch das Tool HTTP-Status.io nutzen, kostenlos und da oben können Sie bis zu 100 URLs untereinander einfügen und dann sehen Sie halt unten die einzelnen URLs nebst dem Status-Code. Wenn es mehrere Umleitungen gibt, dann sieht man die alle eben nacheinander und kann sich das Ganze brav angucken. So, jetzt wollen wir noch ein bisschen Mitmachzeit machen. Ich habe Ihnen noch ein paar Cases mitgebracht. Kurzer Hinweis, nichts davon ist ein Kunde Das ist nur wichtig. Inamora ist ein Online-Shop für Unterwäsche und Lounge-Aware. Sehr schöner Shop, wie ich finde. So, ich habe Ihnen mal einen typischen Fall mitgebracht. Etwas, was man relativ oft so im Internet sehen kann. Also, wenn man da oben mal die URL, das Menü aufklappt, dann sieht man da einen Link, der heißt Tommy Hilfiger und der geht auf eine URL, da ist ein Parameter dran. Filter gleich Bryant Filter 1012. Wenn man sich diese Seite anguckt, merkt man, sie hat einen Canonical Tag. Sie kanonisiert also auf slash herren slash homeware und hat einen Robots Meta Tag noindex. Ja, und jetzt ist die Frage, was können wir damit machen? Ich zeige Ihnen aber vorher noch einen ähnlichen Fall, weil auch in anderen Fällen gibt es sowas. Zum Beispiel auf einer Markenseite oder überhaupt auf einer Kategorie-Seite wird auf ganz bestimmte Filterungen auch noch verlinkt. Also, die Markenescora-Seite hat einen Link im HTML-Code irgendwie auf einer Sortierung nach dem Preis. Und auch hier ist es so, das Canonical Tag zeigt auf die URL ohne diesen Parameter und setzt einen Robots Meter Tag noindex. Ja, und man ahnt schon ein bisschen, das ist nicht ganz optimal. Wie gehen wir jetzt damit um? Sagen Sie mal, so, jetzt haben Sie ja schon einiges gelernt, Robots, TXT, noindex und solche Sachen. Wie würden Sie damit umgehen? Die erste Meldung gibt es schon. Genau. Die erste Meldung ist übrigens auch richtig. Wollte ich schon mal sagen. Hat noch jemand eine Meinung dazu? Ansonsten würde ich Ihnen kurz weiterklicken und die ganzen, ja, die Lösungswege. Okay. Dann gibt es noch den Vorschlag, alle Sorting-Parameter in der Robots TXT aussperren. Oh, das ist auch eine Möglichkeit. So. Da nicht mehr wesentlich. Ich verstehe die Fragestellung genau. Also, die Fragestellung ist trotzdem, danke fürs Nachfahren. Überhaupt kein Problem. Also die Fragestellung ist, hier passiert ja was. Also Google wird diese Sorting-Gleich-Parameter-URLs eben herunterladen. Das verschwendet wieder Crawl-Budget. Okay. Und die Frage ist, wie könnte man es denn hier besser machen? Und ich zeige mal die verschiedenen Lösungswege einfach auf. Man muss aber eine Sache vorher wissen. Und das hat die Hanna vollkommen richtig entdeckt. Canonical und No-Index gehören niemals zusammen. Also es sollte keine Seite geben, so wie in diesem Fall. Ich habe das hier mal aufgemalt. wo eine Seite auf No-Index steht und gleichzeitig auf eine andere Seite kanonisiert, die aber auf Index steht. Warum sollte man das nicht machen? Es gibt eine relativ einfache Argumentation dazu. Ich habe eben gesagt, wenn Seiten das gleiche Canonical-Tag haben, zieht Google diese Seiten zusammen, also diese beiden grünen Kästen. Daraus wird ein grüner Kasten gemacht und die ganzen Signale werden addiert. Das ist ja erstmal ganz okay so, aber die Frage ist jetzt, wir senden ja hier vermischte Signale. Also der eine sagt, nö, dieses Cluster steht auf Index und der andere sagt, dieses Cluster steht auf No-Index. Und das kann dazu führen, dass die eigentlich wichtige Seite, nämlich Slash-Seite, auch auf No-Index landen könnte. Und das will man grundsätzlich verhindern. Deswegen No-Index und Canonical-Tag gehören einfach niemals nicht zusammen. Und deswegen die Lösungswege. Der erste Lösungsweg ist in meinen Augen ehrlich gesagt der beste, den man wählen kann. Ist zumindest ein sehr effizienter Lösungsweg. Das Robots-Meta-Tag No-Index entferne ich einfach. Was passiert dann? Dann greifen auf einmal die Canonical-Tags und sagen, ja, das kanonisiere ich jetzt alles, aber das schont nicht das Scroll-Budget, weil diese ganzen URLs mit Sorting gleich und so werden trotzdem weiterhin runtergeladen. Aber trotzdem löst das erstmal einen Teil des Problems. Was man eher nicht machen sollte, das Canonical-Tag zu entfernen, da könnte man ja auch auf die Idee kommen, schon nicht das Crawl-Budget und interne Link-Energie wird einfach verschwendet. Denn nur, wenn das Canonical-Tag da ist, werden eben diese ganzen Dubletten, die es gibt, werden eben zusammengezogen. Und deswegen diesen Weg würde ich eher nicht wählen. Dritter Lösungsweg und der Rolf hat es vollkommen richtig geschrieben eben. Lösungsweg Nummer 3 ist, alles, was wirklich nicht relevant ist, so wie diese Sortierparameter, würde ich auch per Robots-TXT sperren. Gerade weil, und das kann man hier im Crawl der Website relativ gut sehen, es gibt sehr viele von diesen Sortierparametern, dann gibt es immer noch aufsteigend und absteigend und jede Kategorie hat dann auf einmal 20 Dubletten. Und das sollte man vermeiden. Also das Beste ist hier einfach, sich die Parameter anzugucken und dann zu sagen, wenn das komplett irrelevanter Parameter ist, so wie Sorting, dann stecke ich den in die Robots-TXT, um einfach das Crawling zu entlasten. Es kann eventuell zu Leereinträgen führen, im Index, überhaupt keine Frage, aber damit muss man eben leben. Und Lösungsweg Nummer 4, den ich parallel auch immer gehen sollte, ist in der Google Search Console, in der alten Google Search Console, Ausrufezeichen, gibt es die Möglichkeit, dass man URL-Parameter konfigurieren kann. Also da kann ich wirklich sagen, dieser Parameter, hier Sorting, den sollst du bitte niemals nicht crawlen. Es ist ein bisschen unklar, wie es mit diesem Report weitergeht, weil wahrscheinlich werden wir in diesem Jahr noch vollständig auf die neue Google Search Console umschalten und dann ist es relativ, ja, ist noch nicht ganz klar, in der neuen Google Search Console ist der Parameter noch nicht, ist dieser Report noch nicht angekommen. Deswegen, das funktioniert erstmal auch nur für Google, für Bing gibt es ein relativ ähnliches Tool, trotzdem alle URL-Parameter würde ich immer konfigurieren. Rückfrage von Marcel, wäre gerade, wäre der optimale Lösungsweg dann Nummer 3. Ehrlich gesagt, ich würde es ein bisschen kombinieren, also Lösungsweg Nummer 4, also URL-Parameter konfigurieren, würde ich immer machen. Das frisst kein Brot, das ist immer eine sichere Möglichkeit. So sieht das Ganze dann übrigens aus, das heißt, ich kann einen Parameter eingeben, so wie hier Sorting und dann fragt er mich, ändert dieser Parameter den Seiteninhalt, ja oder nein und dann kommen eventuell bei ja kommen noch ein paar Fragen mehr und dann kann ich wirklich sagen, nee, musst du nicht crawlen, passt schon. Lösungsweg 1 würde ich immer gehen, weil nochmal Canonical und New Index geht niemals zusammen, sollte man nicht machen, also entfernen und Lösungsweg Nummer 3 würde ich parallel auch noch gehen, also die Robots TXT nutzen, um den Parameter auszuschließen, nur zur Sicherheit. So gucken wir uns noch ein bisschen weiter in Amora an, unten im Footer, es ist ja eine HTTPS Website, unten im Footer ist ein Link auf eine HTTP URL, ist wahrscheinlich einfach eine ja kleine Altlast, hat man wahrscheinlich vergessen damals, als man die Website umgestellt hat. Würde ich mir jetzt mal angucken, habe ich mir auch angeguckt und stelle fest, okay, diese URL wird vollkommen korrekt umgeleitet von HTTP auf HTTPS. Also eigentlich nichts Schlimmes passiert und trotzdem hier nochmal der Hinweis für Sie alle, auch hier wird wieder Crawl-Budget verschwendet, denn Google wird die HTTP URL sich angucken, wird feststellen, es leitet um und crawlt dann die HTTPS URL, aber trotzdem, es wurde eben wieder Crawl-Budget verschwendet, also man hatte eigentlich eine Umleitung und jede Umleitung, vor allem interne Umleitung, sollte ich eigentlich, wenn möglich, vermeiden. Deswegen Lösung, die beste Lösung, muss man ganz ehrlich sagen, diesen Link, der da unten im Footer ist, einfach zu fixen. Spart Crawl-Budget ist das Beste, die zweitbeste Lösung, es bleibt einfach, wie es ist, denn auch das muss man sich immer angucken, wie groß ist dieser Fehler eigentlich? Wenn das nur ein einziger Link ist, der intern falsch ist, was habe ich dann schon verschwendet? Dann ist es auch vollkommen okay. Oft ist es so, dass solche Fehler systematischer Natur sind, dass es eben auf einmal Zehntausende, 20.000 solche HTTP-Links gibt, die korrekt umgeleitet werden, aber trotzdem erstmal angucken, wie groß ist der Fehler einfach, also wie oft passiert das Ding und in diesem Fall fände ich die zweitbeste Lösung vielleicht vollkommen okay. Trotzdem, wenn man das Template in fünf Minuten anpassen kann, würde ich eher die erste Lösung wählen. Ja, noch so ein Fall, Varianten-Handling, auch da ist mir auch beim Crawling aufgefallen, es gibt den Wonderbra Basic-Slip in weiß und der hat ein Canonical-Tag auf den Wonderbra Basic-Slip in schwarz und deswegen eben diese Vorfrage, was passiert denn jetzt eigentlich hier, hier geht es nämlich ums Thema Varianten-Handling, wo liegt denn hier genau das Problem und ich könnte Sie jetzt einfach nochmal fragen, kann diese, kann die erste URL gefunden werden in Google, also wenn ich jetzt nach Wonderbra Basic-Slip weiß suche, kann der gefunden werden? Rolf sagt natürlich vollkommen richtig nein, denn das hatten wir ja eben schon, es wird kanonisiert und es zählt nur das, was auf der Zielseite quasi draufsteht, also für Wonderbra Basic-Slip schwarz kann die Seite gefunden werden, für Wonderbra Basic-Slip weiß kann sie nicht gefunden werden und deswegen ist so gerade das Thema Varianten-Handling, wie gehe ich damit um, also hier ist es so, dieses Produkt, diesen Slip gibt es in drei verschiedenen Farben, ich habe halt Potenzial verschwendet, ich habe drei Seiten, Google crawlt natürlich auch alle drei Seiten, aber im Index taucht später nur noch eine Seite auf und eben auch nur noch für diese eine Suchanfrage und da muss man dann sagen, ist canonical tag dann eben doch wieder ein kleiner Problemfall. Deswegen immer darüber überlegen, es gibt verschiedene Möglichkeiten, also primär ist das Ganze für Online-Shops natürlich ein Problem, also gibt verschiedene Möglichkeiten, ich kann jede Variante in den Index aufnehmen, ich kann nur eine Variante in den Index aufnehmen oder ich nehme nur einen Artikel, der quasi keine Variante ist in den Index auf. Das muss man immer unterscheiden und das schreiben gerade auch schon einige, ich muss halt erst mal überlegen, also eine Überlegung ist, wie viele von diesen Varianten habe ich eigentlich pro Produkt? Gerade Modeshops haben oft durch die Kombination von Farbe und Größe 100 Varianten, Google wird das alles crawlen, obwohl am Ende nur ein Produkt dabei rauskommt und die wichtigste Frage ist, werden die Varianten überhaupt gesucht? Also wenn dieser Wunderbar Slip in weiß gesucht wird, dann ist das, was ich hier mache, schädlich. Ansonsten ist es vollkommen egal und deswegen darüber nachdenken, wie sieht man Shop aus und natürlich wie gesagt, diese beiden Fragen sind die wichtigsten. ITB Berlin ist der zweite Case, auch das habe ich hier mal mitgebracht und wenn man die Website crawlt, da gibt es halt einen Bereich für Pressemitteilungen und da gibt es verschiedene Pressemitteilungen, die haben immer als URL Presse, Pressemitteilung slash News und dann die ID von dieser Pressemitteilung. Der Crawler findet aber auch so URLs, da ist dann auch wieder so ein Parameter dran gehängt, nämlich Referrer gleich und dann quasi woher kam der Nutzer eigentlich? Und sie ahnen das natürlich schon, das erzeugt natürlich wieder Dubletten. Im Canonical Tag steht es vollkommen richtig drin, da steht eben diese URL ohne diesen Referrer Parameter, aber nochmal beim Crawlen tauchen die alle auf und Google wird natürlich auch diese ganzen Dubletten wieder crawlen. Kommen wir zu den Lösungen. Die beste Lösung in diesem Fall ist die Programmierung einfach zu ändern. Also wenn man diesen Parameter nicht braucht und wahrscheinlich ist das vielen auch gar nicht klar, dass es den gibt oder der wird sowieso für nichts benutzt, einfach entfernen. Zweitbeste Lösung ist einfach nichts tun, auch hier wieder zu überprüfen, wie groß ist dieses Problem eigentlich. Es betrifft derzeit und im Crawl habe ich ungefähr 250 Pressemitteilungen gefunden, also es gibt 250 Dubletten. Auch da ist es wieder so, dass das schadet jetzt nicht. Wenn es 250.000 Dubletten gäbe, auch das habe ich schon gesehen, würde ich eher drüber nachdenken. Und in jedem Fall in der Google Search Console wie gesagt die Parameter konfigurieren, das heißt da können sie sagen der URL Parameter Referrer, der verändert die Seite nicht und dann wird Google, wenn es eine URL mit Referrer findet, idealerweise einfach sagen, ich crawle die jetzt ohne den Referrer. So, jetzt wieder eine Mitmachfrage, gerne wieder aufpassen. Also, wir haben hier eine, die erste URL ist die URL einer konkreten Pressemitteilung, also die mit der ID 48579, das ist eine HTML-Seite und jede Seite hat noch einen Link auf eine PDF-Datei, da steht genau das gleiche drin. Jetzt die Frage an die Runde, was machen sie damit? Wie gehen sie damit um? Ist das egal? Ist das Robots, TXT, Noindex, was auch immer? Ja, ist es doppelter Content? Genau, schreibt auch schon jemand, der Rolf. Danke fürs Mitmachen übrigens. Genau. PDF kann und Interessanter Punkt übrigens, Christian sagt, ey, ist doch eigentlich egal, ist es nicht schön, wenn man zweimal gefunden wird? Ja, grundsätzlich kann man das so sagen, aber ich kläre gleich darauf, warum es trotzdem irgendwie ein bisschen ungeschickt ist. Genau. Also, gucken wir uns das Ganze mal an. Argument Nummer eins, oder worüber man nachdenken muss, diese PDF-Dateien haben null Mehrwert. Das heißt, in der PDF-Datei steht nichts anderes drin, als in der HTML-Datei. Das heißt, wir müssen sie eigentlich auch nicht im Index drin haben. Plus, PDF-Dateien werden von Google indexiert. Kam gerade die Frage vom Jürgen, liest Google eigentlich eine PDF-Datei? Oh ja, die werden indexiert und die ranken auch super, aber sie generieren zum Beispiel auf einem Mobilgerät eine fürchterliche Nutzererfahrung, weil ich mit meinem 3-Zoll-Screen auf einmal da eine A4-Presse Mitteilung lesen soll. Das wird nicht funktionieren. Ich kann den auch nicht tracken und solche Sachen. Das ist alles blöd. Und vor allem können sie sehr viel Crawl-Budget verschwenden. Ich merke es regelmäßig, dass es Setups gibt. Manche Online-Shops können jede Produkt-Detail-Seite zum Beispiel als PDF als Datenblatt exportieren. Und auf einmal hast du wirklich 100.000 PDF-Dateien für Google exportiert. Und da wird der Crawler sich fleißig mit beschäftigen und wie gesagt, leider mit dem Effekt, die wichtigen Seiten keinen Platz mehr hat. Und deswegen die Lösung. Viele von Ihnen haben es vollkommen richtig gesagt. Einfach sperren. Per Robots takes sperren. In diesem Fall Disallow Doppelpunkt und dann quasi das, was vorne wirklich beschreibt, wie ich das Ding, also was in allen zu sperrenden URLs vorkommt. Das ist das PDF-ML Content-Press. Das erzeugt offensichtlich eine PDF-Datei aus dem Ding. Damit kriege ich das Ding einfach aus dem Index raus. Es gibt noch ein paar andere Möglichkeiten. Die sind allerdings eher ein bisschen fancy. Ich kann zum Beispiel die PDF-Datei kann einen Canonical Tag setzen auf die HTML-Seite. Da werden Sie sagen, hey, das geht ja gar nicht, weil Canonical Tags stehen ja in HTML-Code drin, aber ich kann im HTTP-Header kann ich auch einen Canonical Tag mit übertragen. Also ich könnte sagen, das PDF kanonisiert auf die HTML-Seite. Hat aber eigentlich keinen Vorteil. Oder ich kann auch die PDF-Datei über den gleichen Weg auch per No-Index sperren. Beides spart aber kein Crawl-Budget und dann wird Google eben hingehen und meine 250 PDF-Dateien natürlich fleißig weiter crawlen und das ist eigentlich nicht das, was ich möchte. Also in der Regel ist die erste Lösung natürlich erstmal die effizienteste, weil diese Zeile kann ich innerhalb von einer Minute in die Robots-Texte hinzufügen. Alles andere ist in der Regel relativ schwierig. Was haben wir noch? URLs. Ja, auch ein häufiges Problem. Wenn Sie ein SEO-Tool nutzen und viele von Ihnen haben wahrscheinlich mal so ein Ding angeschmissen, ein Crawler, was auch immer es da draußen alles gibt und wenn Sie zum Beispiel mal über die ITB gehen, wird das Tool relativ schnell Alarm schlagen und werden sagen, hey, da kommen aber Großbuchstaben drin vor und Großbuchstaben dürfen ja in URLs oder sollten URLs gar nicht vorkommen. Was meinen Sie? Ist das gut, schädlich oder neutral? Letzte Frage heute übrigens, glaube ich. Okay, die meisten sagen neutral. War früher ein Problem mittlerweile nicht mehr, sagt Rolf. Schädlich, sagt jemand, genau. Ja, die Antwort ist natürlich wie immer, es hängt davon ab. Also erstmal muss man sagen, dieser Pfad da hinten, also quasi alles, was nach der Domain kommt, ist kontextsensitiv. Das heißt, Großschreibung und Kleinschreibung macht einen Unterschied und früher war es wirklich und deswegen vollkommen richtig vom Rolf, früher war das ein Problem. Es gab gerade so ein sehr bekanntes Shop-System damals, das hat die URLs einfach mal in Groß, mal in Kleinschreibung ausgeliefert und auf einmal hatte man wirklich 20 Dubletten der gleichen Seite einfach nur durch unterschiedliche Groß- und Kleinschreibung und das waren wie gesagt eben alles wieder Dubletten, damals gab es auch das Canonical Tag gab es am Anfang auch noch gar nicht und das war immer ein Riesenproblem. Best Practice muss ich sagen, ist am besten immer alles in Kleinschreibung auszuliefern, einfach um solche Probleme grundsätzlich zu vermeiden, aber wenn man es schafft, die Groß-Kleinschreibung konsequent durchzuhalten, dann ist es eben neutral. Genau, Roland schreibt auch neutral, wenn konsistent, vollkommen richtig, super. Und jetzt kommt die 100.000 Euro Frage, was ich natürlich immer testen würde, kann ich Ihnen auch vor allem nur anraten, dass Sie einfach mal, wenn Sie mal eine URL haben, ich habe ja gesagt, in diesen URLs von Pressemitteilung gibt es hinten so eine ID einer Nachricht. Tippen Sie einfach mal irgendeinen Quatsch ein. Also ich habe hier eine relativ große ID eingegeben, eine, die es natürlich gar nicht gibt, einfach um zu gucken, was passiert denn jetzt eigentlich. Also wird zum Beispiel eine Seite mit Code 200 ausgeliefert, auf der steht, leider haben wir diese Nachricht nicht. Das könnte dazu führen, dass Google eben Nachrichten einfach mal entfernt wurden, trotzdem immer noch im Index behält. Da habe ich halt 100 Seiten im Index, irgendwann da steht einfach drauf, ja, diese Nachricht gibt es nicht mehr. So, und diese, also hier ist alles richtig, das heißt, diese Seite, die es nicht gibt, die liefert einen 404-Code, richtig so, 410 wäre besser, aber 404 ist vollkommen okay. Und diese Seite kanonisiert aber auf eine Fehlerseite. Und da ist die Frage, was passiert denn jetzt? Was macht Google damit? Gucken, ob da eine gute Antwort kommt. Ist natürlich nicht wirklich 100.000 Euro, ich kann leider nur mit Spielgeld dienen. Was meinen Sie? Gut, schlecht. Okay, Rolf sagt, zieht alle Informationen auf die 404-Seite zusammen, auch die Links. Die 404.html könnte eine hohe Sichtbarkeit erhalten. Ja. Genau. Also, hier ist eine kleine Nebelkerze, die geworfen wurde. Das Canonical-Tag greift hier natürlich gar nicht. Das Canonical-Tag greift nur dann, wenn auch ein HTTP-Code 200 ausgeliefert wird. Ansonsten wird das Canonical-Tag nicht ausgewertet. Das heißt, in diesem Fall ist es eigentlich so, als wäre das Canonical-Tag da nicht drin. Also, Nebelkerze, aber schön, dass Rolf und Roland so fleißig mitgemacht haben. Finde ich toll. Mein Fazit zum Schluss. Bisschen komplexes Zusammenspiel, alles mit Robots, TXT, No-Index, Canonical-Tag, Search Console. Grundsätzlich immer darüber nachdenken, was wollen Sie eigentlich erreichen. Also, haben Sie ein Problem mit dem Crawl-Budget? Also, crawlt Google einfach einen Haufen irrelevante Seiten? Haben Sie ein Problem damit, dass Sie viele irrelevante Seiten im Index haben? Dann müssen Sie eben anders an die Sache herangehen. Und in der Regel kann ich Ihnen immer nur empfehlen, erstmal einen kompletten Crawl der Website zu machen und eventuell, und das wird leider noch viel zu selten gemacht, auch eine Log-File-Analyse zu machen, weil im Crawl sehe ich eigentlich nur das, was quasi heute auf der Website drauf ist. Und es ist leider häufig so, dass Google sich noch jahrelang mit alten URLs beschäftigt. Und deswegen so eine Log-File-Analyse ist eigentlich immer eine gute Idee. So, das war es erstmal für heute. Vielen Dank erstmal, dass Sie so weit ausgehalten haben.